moin liebe leute moin moin leute und kommst du einen super geilen super einkauf video wir fangen an eine pizza wo ich ein bisschen rein das muss alles nennen wir hier nicht mehr rein ein pfangengericht in der western pfanne solche veggie so kartoffelwings kann ich mir Kekse gekauft Milchreis sehr lecker mit einer der Milch, Hälfte des Milchreis rein 200g Milchreis rein kann ich nur empfehlen dann habe ich die neuen Knoppers Erdnussriegel die kosten sonst überall im normalen Supermarkt 2,29 ungefähr ich bin nicht täuscht bei Discounter 1,49 bei Discounter 1,99 genau eben versprochen 1,99 1,99 und bei diese Woche im Angebot 1,49 1,49 sage ich nicht nein 1,99 1,99 eine Milch 1,99 zwei Flaschen Cola 1,99 1,99 Ein Kilo Mehl. Braucht dich mal wieder. Eine Dose Erbsen in einen Topf. Sehr, 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 sehr lecker. Mach ich gerne. Irgendwo war's. Ne, das war's. War kein großer Einkauf. Braucht nur ein paar Sachen. Die Sachen hab ich mir hier gekauft. In der Regel werde ich es mal vor euch probieren. Haut rein. Bis denn. Eure Ura. Hab euch lieb.